Liebe Schach-Community, letztens habe ich mal wieder eine Blitz-Partie gespielt. Da ist mir das Herz so richtig aufgegangen. Und diese Partie möchte ich euch zeigen. Ist eine schnelle Nummer, eine schöne Partie, Angriffspartie. Und ich spielte sie gegen einen Großmeister, Jesse Cry. Ist den meisten von euch nicht so bekannt. Allerdings hatte ich schon vor etwas über einen Monat eine Partie gezeigt gegen ihn, auch eine Blitz-Partie. Die könnt ihr euch gerne nochmal anschauen hier. Und ich habe natürlich eine gewisse Erinnerung, eine gewisse Geschichte mit diesem Mann. Ich habe nämlich 2009 gegen ihn gespielt, bei einem Turnier. Klassische Partie, die habe ich verloren damals. Damals hatte er so seine Spitzen-ELO, seine beste ELO-Zahl in seiner Karriere. Das war so ungefähr 2500. 2009, im September 2007 hatte er 2527, das war seine höchste ELO-Zahl bisher. Und zwei Jahre später war ungefähr die gleiche ELO-Zahl noch. Sehr interessant. Er ist zwei Monate älter als ich. 51 Jahre alt. Und wir sehen, aktuell ist seine ELO-Zahl aber nur noch bei 2357. Für einen Großmeister sehr bescheiden 2357. zeigt eindeutig, dass der Zahn der Zeit doch an einem Naag die Spielstärke zumindest gemessen an der ELO-Zahl deutlich abnimmt mit der Zeit. Das kennt man von vielen Spielern. Da kann ich nur sagen, für mich, da bin ich froh, dass ich meine ELO-Zahl konserviert habe. Über die Jahre, seit ungefähr 20 Jahren habe ich mehr oder weniger die gleiche ELO-Zahl. Ungefähr bei 2400 irgendwas. Die ist nicht wirklich runtergegangen. Und jetzt stoppe ich erstmal meine klassische Karriere. Ich mache dieses Jahr Pause, spiele kein Turnier. Vielleicht werde ich irgendwann in der Zukunft wieder Turniere spielen, bevor es unter 2-4 geht. So, jetzt möchte ich euch aber die Partie zeigen, die ich gegen ihn gespielt habe. War eine schöne Angriffspartie. Ich muss mal schauen, wie ich das jetzt hier mache. Nicht, dass irgendwas verraten wird. Zack. Zack. So, da ist es. Georgio Soladis gegen Jesse Cray. Ihr seht auch, seine Blitz-ELO-Zahl ist auch geringer als meine auf chess.com. Obwohl er Großmeister ist. Wie gesagt, gleicher Jahrgang. So, da gehen wir rein. E4, E6, französisch. D4, D5, Springer C3, Springer F6, Läufer G5. Und jetzt spielt er diesen interessanten Zug H6 hier. Das hat er auch bei unserer ersten Partie gespielt. Das ist so eine Nebenvariante. Läufer F6, Dame F6. Man kann jetzt hier einen Bauern gewinnen, aber dann kommt Läufer B4. Und es hat sich herausgestellt, in der Praxis, dass Schwarz hier genug Kompensation hat. Das läuft auf so einen, wenn man jetzt auf W6 nimmt, dann möchte Schwarz mit dem Läuferpaar spielen. Das ist die Idee. Ich habe mir angewöhnt, hier A3 zu spielen, dieses Läufer B4 zu verhindern und das Bauernopfer zu verschmähen und mich dann danach harmonisch aufzubauen. Schwarz hat aber eine sehr solide Struktur hier. Wenn ich Schwarz wäre, würde ich das ehrlich gesagt nicht spielen. Das ist ein bisschen eindimensional. So, Dame D8. Die Dame geht immer in der Regel zurück. Ja klar, der D5 muss jetzt gedeckt werden, weil E D5 jetzt eine Drohung ist, nachdem Läufer B4 nicht mehr möglich ist. Dame D8. Viele spielen noch zuerst, meine ich, C6 hier und gehen dann später mit der Dame nach D8 zurück. Letztendlich macht das keinen großen Unterschied. Springer F3, Läufer E7, Läufer D3, Ruchade, Ruchade. Goldene Regeln. Beide Seiten entwickeln sich weiter. Weiß ist besser entwickelt, hat drei Leichtfiguren im Spiel. Zentrum, das sieht für mich harmonischer aus, aber die Engine sagt, das ist ungefähr ausgeglichen. Es gibt eine interessante Idee hier aus weißer Sicht, Dame D2 an der Stelle eventuell lang zu ruhigieren und dann am Königsflügel anzugreifen mit G4, H4 und so weiter. Das ist interessant. Aber ich spiele gerne schnell, wenn es möglich ist, in dieser Variante schnell, harmonisch mich aufbauend, schön das Zentrum besetzen. C6, Dame D2, B6. Das ist ein Standardplan hier mit Läufer A6, den schwachen Läufer abtauschen. Denn dieser Läufer auf C8, typisch französisch, ist eingesperrt hinter der weißfeldrigen Bauernwand. So nenne ich es mal hier. Deswegen B6 mit der Idee Läufer A6, so eine Standardidee. Interessant ist, wenn man hier vielleicht zuerst Tome E1 spielt und wenn Schwarz sowas spielt, B6, dann Dame E2, um das zu verhindern. Aber, das kennt man auch aus dem Londoner System, es gibt immer diese Idee mit A5 und dann kann Schwarz trotzdem Läufer A6 spielen. Wobei das hier, das Feld, wahrscheinlich das Feld B5 schwächt hier. Weil hier kommt Sprenger D5, sehe ich gerade. Auch ein wichtiges Motiv hier. Oder so, so. Na, so einfach ist es nicht. Es gibt hier ein paar taktische Tricks, weil Schwarz unterentwickelt ist. Aber sei es drum. Dame D2, B6, Tome E1 hier. Gibt natürlich auch andere Möglichkeiten zu spielen. Läufer A6, jetzt will er den Läufer tauschen. Ich nehme raus, häufig in solchen Situationen, weil nach Springer A6, der Springer hier auf A6. temporär aus dem Spiel ist. Und dann wieder zurückgebracht werden muss zum Zentrum. Das kenne ich auch aus dem Londoner System, so eine bestimmte Variante mit Schwarz. Wenn ich über Läufer A6 den Läufer tausche, dann muss ich den Springer wieder zurückziehen, weil man Springer nicht zu lange am Rand stehen lassen sollte. Jetzt kommt ein sehr interessanter Fehler von ihm. Ne, erstmal bin ich dran. Turm AD1. So, das ist ein harmonischer Aufbau. Zentrum. Aus meiner Sicht einfach angenehmer zu spielen für Weiß. Jetzt muss er den Springer zurück spielen. Vielleicht Springer C7 hier. Oder Turm C8 vielleicht zuerst und dann Springer B8. Auf jeden Fall nicht lange am Rand stehen lassen, habe ich schon gesagt. Ich wiederhole mich. Er spielt Dame C7. Das ist ein Fehler. Im Übrigen war das eine Blitzpartie 3 plus 0. Ihr seht das. Ich habe ja erst 8 Sekunden überlegt für 12 Züge. Daher war der TBG mal schnell am Anfang. Warum ist Dame C7 ein Fehler? Kann die Datenzüge berechnen bitte und versuchen herauszufinden. Das ist eine schöne Taktik hier. Habe ich auf die Schnelle nicht gefunden. Ich habe jetzt hier 3 Sekunden überlegt. Springer E5 gespielt. Es gewinnt hier. Ich weiß, kann hier einen Bauern gewinnen. ED5. CD5. Und Dame E2. Ich greife den Springer an. Und es droht Springer schlicht D5. Wegen der Geschichte auf der E-Linie. Schwarz hat noch keinen Turm Fe8 gespielt. Und dadurch ist der Läufer nur von der Dame gedeckt. Sehr interessant. Im Übrigen, wenn Schwarz E D5 spielt, dann ist Dame E2 natürlich direkt gewonnen. Beziehungsweise Weiß gewinnt hier eine Figur. Also C schlicht D5, Dame E2. Und wenn Schwarz jetzt sowas wie Springer B8 spielt, dann kommt Springer schlicht D5. Nimm auf E7. Dame C2 habe ich mir noch kurz angeguckt. Und dachte mir, okay. Aber hier Turm C1 sehr stark. Und hier gibt es eine schöne Taktik, die Weiß droht. Was passiert nach Dame schlicht B2? Das wäre ein Riesenfehler. Ihr seht schon, der Balken sagt hier Matt für Weiß. Dame F8, König F8, Turm C8, Schachmatt. Puzzle Rush. Im Übrigen Puzzle Rush spiele ich immer noch fast jeden Tag. Ich hatte euch ja erzählt, dass ich Puzzle Rush sehr viel spiele und versuche, meinen Puzzle Rush bei drei Minuten zu verbessern. Ich habe da so eine Art natürliche Grenze erreicht, so wie es aussieht. Ich komme nicht höher gerade. Naja, vielleicht mache ich dazu mal wieder ein Video, falls ihr möchtet. Nach Dame E7, Dame C2, Turm C1. Dame F5 müsste Schwarz spielen. Aber nach Springer E5 hat Weiß hier einen Riesenvorteil. Der Springer auf B8, der Damenflügel kann sich nicht entwickeln. Der Springer steht auf B8, total belemmert. Turm C7 ist der nächste Zug. Riesendruck hier für Weiß. Schwarz kann sich eigentlich gar nicht mehr befreien, richtig. Das liegt daran, dass Weiß hier besser entwickelt ist. Ja, ich habe es leider nicht gesehen. Neben Dame E2, schöne Taktik, muss ich sagen. Die muss ich mir merken in der Variante. Springer E5, das Motiv, muss ich mir merken. Jetzt nicht in diese konkrete Stellung, das Motiv. Springer E5, Turm AD8, ED5. Ja, die Sache ist, sobald man im Zentrum alles entwickelt hat, alle Figuren sind im Spiel bei Weiß, wie soll es weitergehen? Wir haben jetzt nicht irgendwie die Möglichkeit, jetzt hier weitere sinnvolle Abwartezüge zu machen. Deswegen ist es irgendwann sinnvoll, die Spannung aufzulösen, ED5. Schwarz nimmt in der Regel mit dem C-Bauer. Dann haben wir wieder diese Karlsbader Struktur. Hier, die kennen wir aus Londoner System, Karo-Kant-Verteidigung. Springer E2, das ist auch ein typisches Unmanövrieren des Springers. Springer B8, C3, das ist die typische Bauernstruktur hier. Springer D7, F4. Ja, ich spiele hier aggressiv, schiebe den F-Bauern vor. Natürlich träume ich davon, dass er hier nimmt. Dann nehme ich mit dem F-Bauern und öffnet sich hier die F-Linie. Dann haben wir was dann auf der F-Linie eventuell. Ja, das ist noch spielbar, der Läufer G5. Da haben wir die 3D-Partie, würde weitergehen. Aber er träumt davon, selbst den Springer super schön auf E4 zu installieren. Hier hat sich hier ein schönes Feld rausgepickt. Und möchte da rein. Springer G3, B5. Das Problem ist, durch diese Eröffnung kommt er sehr langsam zum Gegenspiel hier, zu diesem typischen Gegenspiel am Damenflügel. Dieses Minoritätsangriff, um dann hier auf C3 eine Schwäche zu schaffen. Davon ist er erstmal weit entfernt. Ich bin schneller auf der anderen Seite. F5, ich greife an. Schwarz sollte das stehen lassen hier. Einfach Läufer D6 spielen. Und unter Umständen hier tauschen. Nimm auf E5, E6, nimm auf E6. Und das ist ungefähr ausgeglichen. Mir gefällt die Stellung etwas besser für Weiß hier, nach Dame D3. Mit Tempo. Dann vielleicht einen der Turme rüber. Hier auf die E-Linie eventuell Druck machen gegen E6. Aber hier sieht es auch nicht die Welt. Wichtig ist, stehen lassen, aus schwarzer Sicht. Er nimmt raus. Und jetzt kommt mein Springer natürlich bombastisch in die Stellung rein. Wir wissen aus vielen Eröffnungen, ein weißer Springer auf F5 ist ultralästig. Sehr, sehr stark. Greift G7 an, den schwachen Bauern. Greift H6 an, greift E7 an. Er steht da einfach top. Das kennen wir aus der italienischen Partie sehr häufig, wenn so ein Springer da auftaucht. Genau. Schwarz hätte jetzt Springer E4 spielen sollen. Naja, dann hat er wenigstens einen guten Springer hier. Dann spiele ich Dame E2, will nach G4 angreifen. Schwarz muss schon sehr genau spielen. Aber dann hat er zumindest einen starken Springer hier. Er spielt hier Turme F8. Und das ist ein Fehler. Jetzt könnte ich schon auf H6 klatschen. Springer schlicht da 6 hier. GA6, Dame H6. Finde ich aber etwas schwierig für eine Blitzpartie, das einzuschätzen. Es droht allerlei auf der dritten Reihe, die typischen Überführungen der Türme, über die dritte Reihe zum Königsflügel. So greift man an. Aber da war ich mir nicht sicher. Ich habe hier relativ schnell Dame E4 gespielt, nach 13 Sekunden. Dame E4 bringt die Dame näher. Kompakt hier mit den Springern. Geht auch diesem Angriff aus dem Weg. Jetzt ist Springer E4 nicht möglich, wegen Springer schlicht da 6, offensichtlich. Und das ist hier sogar matt. Das ist eine Idee. Die andere Idee ist, wenn der Läufer wegzieht, dann haben wir Springer schlicht da 6. Diese typische Geschichte hier. Bauerngewinn. Das weiß er natürlich alles. Er versucht jetzt mit Dame B6 hier. Läufer D6 wäre wahrscheinlich immer noch der beste Zug hier. Läufer D6 immer noch, um eventuell hier zu nehmen. Allerdings gewinne ich hier auch einen Bauern. Zack, zack, zack. Deswegen hat er das nicht gemacht. Will er nicht. Kann ich verstehen. Er spielt Dame B6. Will hier alles decken über die 6. Reihe. Hier gewinnt Weiß aber relativ banal. Habe ich aber nicht gesehen. Dame G3 gewinnt hier sehr einfach. Was soll hier schwarz machen? Springer A5. Dame G4. Auf G6 nehme ich auf H6. Das bringt ja nichts. Dann hängt F7. Ist ja komplett lost. Dass ich das nicht gesehen habe. Schwach. Dame G3. Super simpel. Was kann denn schwarz überhaupt noch machen? Springer A5. Dame G4. Und hier habe ich aufgehört. Läufer G5. Ja, dann hängt er bei H5. Und G6 geht ja nicht wegen Springer A6. Schach. Na, von der Figur mehr. Boah. Das war einfach. Da habe ich wirklich was Einfaches übersehen mit Dame G3. Stattdessen Turm D3 hier nach 8 Sekunden mit der Idee Turm G3. Natürlich auch ein vernünftiger Zug. Unter normalen Umständen bereitet man so einen Angriff vor. Turm über die dritte Reihe zum Königsbügel führen. Typische Angriffschemata. Angriffschemata. Läufer F8. Turm G3. Na, hier gewann auch Springer A6 wieder. Warum eigentlich? Springer A6. G6. Ah, das ist eine schöne Variante, glaube ich. Turm G3. Läufer G7. Dame schlichter 6 hier. Springer G4. Und hier gewinne ich zwei Bauern. Ja, Springer A6 war möglich. Schade. Ich wollte nur mal schauen hier. Ja. Springer A6. Den. Es gibt noch ein schönes Matt hier, wenn der König hier hingeht. Das hier, ne? Das hatte ich sogar berechnet. Aber das andere irgendwie... Ja, es ist nicht einfach im Blitzen, ne? Ja, nicht einfach. Ich spiele Turm G3. Jetzt droht Springer A6 hier, ne? Fesseln den Bauern. Er hätte aber mit König A7 hier einfach aus der Fesselung gehen können. Dann ist das gar nicht so leicht hier, den Angriff fortzuführen. Also es gibt keinen direkten Gewinn hier. Er spielt aber G5. Das ist ein Fehler. Würdet ihr jetzt auf G5 nehmen? Ja oder nein? Ihr könnt gerne das Video anhalten und so ein bisschen rechnen, wenn ihr Bock habt. Das gewinnt natürlich... Also ich war mir ziemlich sicher, dass es gewinnen muss. Ich habe jetzt eine Minute überlegt sogar. Habe aber auf G5 nicht genommen. Turm G5, HG5, Dame G5. Es gibt eine Variante, bei der war ich mir nicht sicher. Und zwar König H7, glaube ich. Ne, König H7 gewinnt wegen Turm E3. Das ist simpel. König H8. Springer F7. König H7. Jetzt ist aber der Turm angegriffen. Ich kann nicht Turm E3 spielen. Hier gibt es einen wunderschönen Gewinnweg. Der ist aber für eine Blitzpartie nicht zu sehen für einen Menschen. Würde ich mal behaupten. Auf jeden Fall nicht für mich. Springer E7 hier. Droht Dame G6. Okay, aber was passiert, wenn Schwarz nimmt? Turm nimmt. Läufer nimmt. Und jetzt ist Matt. Forciert Matt. Zack. Zack. Und zack. Springer G5. Und Schwarz kann das Matt auf F7 nicht verhindern. Das ist natürlich eine sehr schwierige Variante. Ihr verzeiht es mir, dass ich das nicht gesehen habe. Er ist sehr schwierig. Turm G5 vom Gefühl her muss gewinnen, aber dann das bis zum Ende durchzurechnen, dann Springer G5. Turm E7, Springer E5 und so. Springer G5. Sehr schwierig. Was habe ich gemacht? Nach längerem Nachdenken. Turm F1. Fast eine Minute weg. Jetzt drohe ich Springer schlicht H6 und Dame F6. Das war mal eine Idee. Der G5 ist sowieso gefesselt. Wichtig ist, dass Springer H5 nicht geht. Wegen Springer schlicht H6 hier. Dame schlicht H6. Dame F7. König hier. Und dann gewinnt man hier mit Springer G6, dachte ich. Okay, er kriegt hier den Turm, aber das ist mir Wumpe. Das gewinnt locker. Turm A3 gewinnt auch. Das ist mir klar. Springer A5 geht nicht. Das hatte ich berechnet. Und ich habe jetzt hier auch nichts gesehen für ihn. König A7 habe ich mal wieder nicht berechnet. Das ist nicht ganz so klar wieder. Jetzt hängt die Dame. Ich müsste zurück jetzt hier. Aber er spielt den Läufer G7. Er verteidigt sich auch nicht gut. Ihr seht es. Es ist ultra schwierig in einer Blitzpartie wirklich die besten Züge zu finden. Gerade wenn es hochtaktisch ist. Läufer G7. Und das verliert wegen Springer schlicht H6. Es gab auch andere Gewinne. Jetzt hängt der Bauer hier. Er muss nehmen. Und jetzt Dame F6. Dame F6. Turm F6. Und jetzt gab er auf. Das ist mir schon mal aufgefallen. Bei der ersten Partie. Sobald er dann irgendwie auf Verlust steht. Oder vermeintlicher Verlust. Dann gibt er auf. Irgendwie so der Blitz nicht alles zu Ende. Ich glaube der ist auch ein bisschen emotional. Der gute Cray. Der gute Jesse. Und ja gut. Ich habe zwei Bauern mehr hier. Nach Läufer G7 kommt Turm G5. Und fesselt den Läufer. Und der hängt auch noch hier. Ja ja. Das ist natürlich gewonnen für weiß mit zwei Bauern mehr. Aber man kann das mal weiterspielen oder? Turm E6 gibt es ja auch. Zack. Zack. Ja nicht Turm F7 hier wie ein Anfänger. Turm E5. Und dann zack. Ne Turm E6. Zack. Und H4. Und dann gewinne ich noch einen Bauern. Ja aber das kann man nochmal weiterspielen Jesse. Egal. Nächstes Mal. Aber er scheint so ein bisschen emotional zu sein. Und gibt dann auf. Was auch immer. Schöne spätere Vance. Nach 2009. Schön zweimal geschlagen. 15 Jahre später. Zweimal im Blitzen. Das freut mich. Späte Genugtuung. Interessant auch. Was ich am Anfang gezeigt habe. Mit der Zeit. So wie die Elozahl runter geht. Bei starken Spielern. Bei einem GM mit über 2,5. Und jetzt bei 2,3. 7,50. Ganz schön wenig für einen GM. Das war es von mir. Ich hoffe die Partie hat euch gefallen. Ich hoffe sie war lehrreich. Ich denke schon. Wie greift man an. So ein paar Ideen. Motive und so. Wäre natürlich schöner gewesen. Wenn ich den Angriff anders zu Ende geführt hätte. Als so. Pro Saal Start. Zweite Bauern zu gewinnen. Aber sei es drum. Trotzdem Revanche gehabt. Ciao. Schön dass du noch da bist. Kennst du eigentlich schon. Chesamee. The Big Greek Academy. Dort findest du eine Menge. Kurse über Öffnungen. Mittelspiel Themen. Endspiel Themen. Und eine tolle Serie. Über Weltmeister. Klick einfach auf das Banner. Und schau nach. Ob auch für dich etwas dabei ist.